Der Zerstörer Tja, Kammerjäger, rate mal, wer uns alles beigebracht hat, was wir wissen mussten, um diese Galaxis Stück für Stück auseinander zu nehmen Typhon de Leon, der erste Kammerjäger Ach ja, bevor ich's vergesse, Paps, Troy ist tot, deine tollen Freunde haben ihn getötet, also viel Spaß noch Kammerjäger, die Wächter wissen, dass du hier bist, wehr sie ab, wir reden später Ich bin vielleicht die Letzte, die die eredianische Sprache von einem Eredianer erlernte Ich habe so viele Fragen, die ich ihnen hätte stellen sollen, als ich die Gelegenheit dazu hatte Zum Beispiel, warum das eredianische Wort für Heimatwelt auch erste Landung bedeutet Ich mag deine Begeisterung, Bestie Das war eine gute Jagd Ich bin vielleicht die Begeisterung, Bestie Ich bin vielleicht die Begeisterung, Bestie Das war's für heute. Das war's für heute. Ja, dann schnappen wir aus den Schlüsseln. Ich höre dich, Bestie. Das war's für heute. 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 Also, ich sage euch nicht, dass ich froh bin, dass mein Junge gut ist, aber immerhin kann er niemanden mehr verletzen. Typhon, warum hast du nicht gesagt, dass die Kalypsus deine Kinder sind? Ich wollte und ich wollte und ich hätte es tun sollen. Der Schlüssel, der war's für heute, der war's für heute. Nicht in ihrem Grabkammerjäger, schätze ich hätte mich klarer ausdrücken können. Okay, das war's für heute. Nimm den Schlüssel, nimm den Schlüssel. Ich war vielleicht ein, der war's für heute, der war's für heute. Ich war vielleicht ein erstklassiger Abenteurer, aber ich war ein drittklassiger Vater. Wenn du deine Kinder nicht richtig erziehst, was für ein Held bist du dann? Was jetzt kommt, wird nicht leicht. Wir haben nur einen Versuch. Aber ich muss das in Ordnung bringen. Für Leder. Das sind Erinnerungen. Habe diesen Ort lange gemieden. Also, Leder und ich, wir haben hier so ziemlich alles geflöntet. Aber ich hab was für dich. Okay, geh schon. Hol dir deine verdiente Belohnung. Nachdem wir das Monster besiegt hatten, haben wir das... Ich behalbe dich nur. Hier, nimm das. Und das war's. Es wird keine Ekkos mehr von ihm geben. Aber seine Beute gehört dir. Nachdem wir das Monster besiegt hatten, haben wir das Monster besiegt. Ihr versteht schon. Dann haben wir auf dem Rücken gelegen und uns die schönen Lichter angesehen. Und Leder meinte, dass wir hier bleiben müssen. Wir können nicht zurück. Sie sagte, das Universum wäre erledigt, wenn die Konzerne diesen Ort finden würden. Also sagte ich zu ihr, Baby, solange ich dich habe, habe ich das ganze Universum. Und dann haben wir das Monster nochmal besiegt. Direkt in der Kammer. Und jetzt mal da, Kammerjäger. Ich war noch nie in der Maschine. Aber ich schätze, wir brauchen alle Feuerkraft, die wir kriegen können. Meld dich bei deinen Leuten. Ich geh zur Maschine. Und, ähm, von einem Kammerjäger zum anderen. Danke. Ich hoffe nur, wir haben noch Zeit, um das in Ordnung zu bringen. Ich muss diesen Schlüssel aufladen, um auf die eredianische Maschine zuzugreifen. Bring ihn auf die Sanctuary. Ich bin auf die Sanctuary. Das nehme wohl besser ich. Ich tue, was ich kann, Leder. Ich schwör's dir. Ich bin auf die Ange. Ich schau's dir. Ja. Okay. Das war's für heute. Das war's. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. 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 Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Du hast Feinde, ich habe Munition. Versuch's mal mit mir. Natürlich, spielen wir um Fälle. Nicht zurückhalten! Ich liebe diese Momente, die ich mit meinen Unzirmen und passbar brillant bin. Ich bin ein Wettbewerb. 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 Mach diese Sache, die ich so mag. Geh! Stillsetzen meines künstlichen Gedenk noch oft an. Man kann sich nur schwer an Opfer anschleichen und Pothelsessage. Ich bin ein Wettbewerb. Ein praktischer Trick. Ich muss mein Fleck zum Schießen. Wir sehen uns dann. Bis dann. Die kann man rufen, oder? Jeder hat seinen Preis. Schön. Und jetzt warten wir dir. Unterstützt Läden in der Region. Verkauf bei Marcus. Was ist das denn? Ich habe mich schon gefragt, wo ich die Hände habe. Lass dich mal wieder blicken. Aber bitte nur mit vollem kle board. Wir bitten jetzt auch den Ein-Klick-Einkaufer an. Mach deine Waffe, Klick. Es ist Zeit zum Kaufen. Keine Fragen. Du hast etwas Geld. Gib doch was da voraus. Bis zum nächsten Mal. Du hast Feinde. Ich habe Munition. Keine Fragen. Du brauchst mehr Platz? Dann weiß ich die Lösung. Speicher Deck Upgrade. Gut, dass du da bist. Mit einem Kammerjäger ist man immer sicherer. Die Vorbereitungen sind abgeschlossen. Brauchst mehr Platz, also kauf das endlich. Ich bin genauso gut. Warum haben sie mich nicht gewählt? Viel Glück! Bleib ab Leben! Meine Fähigkeiten müssen geschliffen werden und du wirst mein Witzstein sein. Bringst du mir einen KDK-Schädel mit? Ich hab zu verständigen. Ich bin einfach mal. Ich bin einfach nicht in derதten G革. Dem wäre sehr gut. Ich bin einfach in der Wand auf. Ich bin einfach noch ein Witzig. Verbreitungen sind geschläge. Ay, ich bin auch ein Witzig. Ich bin ein Witzig. Ich bin einfach nicht nur ein Witzig. Und ich bin einfach nicht so ungeláber ist. Jo, Lillith! Der Kammerjäger ist zurück! Kammerjäger, hast du die Locke von Typhons Haar dabei? Ich weiß. Schlechter Zeitpunkt. Das Ende des Universums und so. Bring sie einfach in mein Labor. Gut gemacht mit dem Schlüsselkiller. Gib ihn Tennis, damit sie ihn aufladen kann. Ava! Magst du mir helfen? Wie funktioniert das? Das ist... Gefühlssache. Hier. Boah! Eklig! Schmeckt das nach Oliven? Ich dachte, es wäre ein saure Gupen. Es hat funktioniert! Hier, Kammerjäger! Nimm! Woher wissen wir, ob diese Maschine auch das tut, was sie tun soll und nicht etwa das ganze Universum vernichtet? Die Maschine hat in der Vergangenheit schon einmal funktioniert und vor Jahrtausenden den Zerstörer im Inneren von Pandora eingeschlossen. Wenn Tyreeni aussaugen kann, wird sie vielleicht wirklich zu einem Gott. Was ist schon ein Gott? Außer dem mächtigsten Wesen im Universum. Entweder das hier klappt, oder wir sind alle am Arsch. Du solltest da runtergehen, Tennis. Wer sonst soll das Ding zum Laufen bringen? Im Ernst? Ich soll mit Typhon de Leon zusammenarbeiten? Na, wenn es unbedingt sein muss, Lilith. Du schaffst das, Tennis. Und ich werde mich auf keinen Fall in deinem Labor nach eridianischem Zeug umsehen, während du weg bist. Das beruhigt mich. Mach dich bereit, Kammerjäger. Und triff Typhon an der Maschine, bevor es zu spät ist. Ich muss meinen Zyklon wieder herrichten. Ich liebe den Geruch von Sägemehl am Morgen. Es gibt nichts Besseres. Habe die Ehre. Ich hab Hunger. Nur, dass das mal klar ist. Du siehst hart aus. Wir sind jetzt Freunde. Du siehst hart aus. Wir sind jetzt Freunde. Oh! Hallo! Oh, ich weiß. Oh, ich weiß. Ich weiß. Oh! 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 Huh? Oh, my God. Hi. Oh, my God. 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 Hey, Hattel! Das nehme wohl besser ich. Bis zum nächsten Mal. 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 Einen in schwerer Panzerung, um die Angriffe unserer Feinde anzuwehren. Wir brauchen keinen Kampfsport. Wir brauchen einen coolen Freund, der fliegen kann und heiße Tricks beherrscht. Manövrierfähigkeit ist im Kampf essentiell. Heiße Tricks auch. Nichts mit ihm, was hier am Tüsten. Nein, Jetpacks. Juni, auf Ruhe. Kamerjäger, besorgen ein paar Blitze auf deinem Rucksack. Trieber, wir reichen. Du bist eine natürliche Sache, aber deiner ist immer aufregend. Nichts mit ihm. Nichts mit ihm. Nichts mit ihm. Aber auch die Angriffe. Ja, ich bin nicht mit ihm. Passant. Ein Schicht mit ihm aufhören! Oh! 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 Sie sind in die Kahl! Oh! Oh! Das wird der schnellste Bot des Planeten. Verpass ihm auch irre Schwerthände. Ich brauche Schwerter. Schwerthände? Das war's dann mit High Files. Ganz genau. Nehmen wir stattdessen lieber Übersphären-Todeslaser. Hände, Baby. Kein Kampf-Bot. Mein neuer Freund wird Marshmallows für uns vollziehen. Hol ein paar Flammenwerfer. Wofür sollen wir denn Marshmallows nehmen? Mit einem Säure-Tank könnte unser neuer Zenturier unsere Feinde schmeißen. Ich schätze, so könnte man das Labor aufräumen. Weniger Arbeit für mich? Okay, Säure-Tanks sind gefockt. Das ist nur ein Fieber-Bot. Ich bin froh, wenn du mir zustoßt. Die Seite! Als letztes brauchen wir eine KI-Chip für den neuen Bot. Vielleicht können wir einmal über eine KI programmieren. Eine Ahnung klingt ziemlich gefährlich. Vielleicht ist das was leichter zu kontrollieren ist. Zum Beispiel eine Übersphären-Kai. Das reicht! Ich finde es für mein Kali-Chip. Dieses Ende war unvermeidend. Die Seite war ein röd. Jetzt zählen wir aber nicht. Ich bin froh, dass es für mein Kürger blabber kann. Ich bin froh, wenn ich nicht alles gut zu spüren. Das ist nicht so schlimm. Ich bin froh, wenn du meine Kürger bist. Das war einpräufig. Das là, wenn du dich und meine Kürger bist. Ich bin froh, dass ich dich, dann versichern. Meine Herren, deine Zaunen. Die Säure-Tank-Karren-Küse erzelt. Hau!